Ja Leute, es ist gar nicht mehr allzu lange hin, da können wir uns die neue Jurassic World Serie, Jurassic World Chaos Theory, endlich auf Netflix anschauen. Am 24. Mai werden laut aktuellem Stand alle Episoden auf einen Schlag auf Netflix veröffentlicht, das heißt alle Episoden der ersten Staffel, denn inzwischen ist wirklich die Rede von Staffel 1. Laut den Produzenten gibt es nämlich ganze Ideen und auch Planungen für bis jetzt drei Staffeln, allerdings wird hier auch ganz klar erwähnt, dass man eben den Erfolg der ersten Staffel abwartet und danach eben entscheidet, ob man wirklich Staffel 2 oder auch Staffel 3 weiter produzieren wird. Ich bin da sehr optimistisch und ich glaube ja, wir werden mindestens drei Staffeln sehen und ich glaube auch, dass die Gerüchte stimmen könnten, dass eine dieser Staffeln dann auch wirklich eine Brücke zum 2025 erscheinenden neuen Jurassic Film ebnen wird. Wir haben jetzt hier auf dem Kanal schon öfter über das Thema Jurassic World Chaos Theory gesprochen und es freut mich sehr, dass ich auch anhand der Aufrufzahlen der Videos zu dem Thematik sehen kann, dass auch ihr immer mehr Interesse an dem Thema Chaos Theory bekommt. Und das auch wirklich zu Recht, denn ich muss sagen, was die Trailer und Teaser uns bisher gezeigt haben, lässt zumindest erahnen, dass wir hier wirklich eine extrem spannende Story erwarten können, denn Brooklyn ist angeblich tot und irgendjemand macht Jagd auf die Kinder. Und ja, ich werde weiterhin die Kinder sagen, die sind jetzt hier keine Kinder mehr, aber das kriege ich irgendwie nicht aus der Birne raus. In diesem Video hier sprechen wir jetzt über alle bisher bestätigten Dinosaurier, die wir in dieser Serie sehen werden. Das heißt nicht, dass es nur diese Dinosaurier sein werden, nein, das sind aber auf jeden Fall die, von denen wir bisher offiziell wissen. Ebenfalls werde ich hier in dem Video relativ zum Schluss dann nochmal auf zwei Logikfehler eingehen, die mir jetzt schon aufgefallen sind. Das ist nicht wirklich was Gravierendes, aber das sind definitiv einfach Logikfehler und wir sprechen da, wie gesagt, am Ende des Videos drüber. Wir starten jetzt allerdings erst einmal mit dem Video über alle Dinosaurier, die wir bisher bestätigt bekommen haben. Viel Spaß! Ja, es macht ja im Endeffekt wirklich Sinn, dass wir uns mit dieser Thematik jetzt hier beschäftigen, denn neue Dinosaurier müssen natürlich mit eingefügt werden. Zum einen geht es hier darum, dass wir die Chance nutzen, in einer neuen Jurassic-Serie, in einem neuen Jurassic-Projekt ebenfalls neue Spezies einzuführen, die es vielleicht nicht in die Filme geschafft haben. Somit kann man das gesamte Dinosaurier-Archiv ein bisschen erweitern und natürlich auch, wir dürfen es nicht vergessen, das Marketing. Wir haben bereits vor einiger Zeit von Mattel offizielle Spielzeuge zur Serie angedeutet bekommen, beziehungsweise auch bestätigt bekommen zum Teil und diesen Faktor dürfen wir eben nicht außer Acht lassen. Das heißt, wenn ich euch jetzt hier die Dinosaurier präsentiere, erwartet nicht, dass die auch wirklich einen großen Screen-Auftritt haben, also einen großen Screen-Time haben. Nein, es wird hier und da auch Dinosaurier geben, die eben einfach nur fürs Marketing da sind, damit wir neue Spielzeuge verkaufen können, neue Plakate, neue Poster, neue Kuscheltiere und eben den ganzen Kram. Deswegen fangen wir einfach mal an mit einem Dinosaurier, den wir auch ganz kurz im neuen Trailer, also im zweiten richtigen Trailer zu Chaos Theory sehen können. Nämlich dem Suchomimus, der hat es tatsächlich endlich auf die Leinwand geschafft, wollte ich gerade sagen. Naja, im Endeffekt aber zumindest in ein Bewegbildprojekt von Jurassic geschafft, denn der Suchomimus war bisher noch nirgendwo zu sehen. Dabei gab es den Dinosaurier im Hintergrund im Jurassic-Franchise bereits. Wir können dem Jurassic World Compendium entnehmen, dass der Suchomimus einer der zahlreichen Spezies gewesen ist, die wir im Park, also im Jurassic World Park gehabt haben. Das heißt, das Tier ist am Start gewesen, wir haben es eben einfach nur nicht gesehen. Ebenfalls wurde bestätigt, dass der Suchomimus im Lockwood-Anwesen beherbergt wurde und ebenfalls dort ausgebrochen ist. Darauf gehen wir gleich nochmal ein, das finde ich eine sehr spezielle Aussage. Auf jeden Fall, ja, auch hier haben wir das Tier eben einfach nicht gesehen, aber er war da. Meine Frage jetzt hier wäre allerdings, gab es Dinosaurier, die es nicht geschafft haben auszubrechen? Wird das nochmal eine Rolle spielen? Und ich frage das Ganze deswegen, weil eben explizit darauf eingegangen wird, dass der Suchomimus zu den Dinosauriern gehört, die vom Lockwood-Anwesen entkommen konnten. Möglicherweise erfahren wir da etwas in Jurassic World Chaos Theory von Dinosauriern, die es eben nicht geschafft haben, von dem Anwesen zu entkommen. Möglicherweise hat Brooklyn genau das entdeckt und wollte eben das dann weitergeben, bevor sie dann eben geschnappt oder vielleicht sogar getötet wurde. Aber das könnte mitunter ein Geheimnis dessen sein, was dann dafür sorgt, dass die Kinder auch gejagt werden. Obwohl der Rest der Kinder dürfte das Ganze überhaupt nicht wissen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier nicht einfach umsonst sagt, dass der Suchomimus einer der Saurier ist, der von dort fliehen konnte. Natürlich gab es dann auch wieder im Internet sehr viele, ist der weiße Indoraptor vielleicht auch noch da Theorien. Finde ich eine nette Theorie, es würde mich sehr freuen, aber es gibt halt einfach nichts, worauf wir diese Theorie stützen können. Außer eben, ja, dass früher mal ein weißer Indoraptor geplant gewesen ist, der zusammen mit dem schwarzen Indoraptor hätte Jagd auf unsere Helden machen sollen. Ich glaube es irgendwie nicht. Indoraptor Merchandise würde sich irgendwie auch nicht mehr ganz so gut verkaufen. Ich schätze einfach mal, dass da irgendetwas anderes noch zurückgeblieben ist und wir werden es dann herausfinden. Vielleicht waren sogar die Atrosiraptoren bereits Teil der Auktion damals oder irgendetwas in der Art. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass wirklich Dinosaurier zurückgeblieben sind. Der Suchomimus war übrigens auch schon bereits zu The Lost World Jurassic Park 2 Zeiten im Gespräch dort einen Leinwandauftritt zu bekommen. Allerdings wurde das auch nicht durchgeführt. Es gab bestimmte Konzeptzeichnungen zu dem Tier, aber mehr dann im Endeffekt auch nicht. Aus diesem Grund können wir den Suchomimus ebenfalls im Playstation 1 Spiel Jurassic Park Warped sehen. Ja, dieses Spiel bereits angefangen wurde zu programmieren und zu konstruieren, als eben noch die ganzen Rohdaten und Rohfakten zum Film The Lost World Jurassic Park auf dem Tisch lagen. Und das sind übrigens gängige Sachen. Also es gibt hin und wieder mal Spiele, gerade eben von früher, die bestimmte Szenen beinhalten, die wir allerdings dann im Film überhaupt nicht gesehen haben. Ähnlich wie im Game Boy Advance Spiel von Jurassic Park 3. Das Level, wo wir mit dem Motorrad vor den Velociraptoren wegfahren müssen. Und das Level basiert eigentlich aus einem Grundauszug eines der allerersten Drehbücher. Wir sollten tatsächlich in Jurassic Park 3 sehen, wie Dr. Alan Grant ein Motorrad findet in einem Gewächshaus und dann eben vor den Raptoren wegfährt. Und das Spiel wurde eben programmiert, als dieses Grundkonzept noch aktuell war. Und es gibt es in so ein paar Spielen. In Jurassic Park 3 hat Billy ebenfalls den Suchomimus das erste Mal namentlich erwähnt und quasi den Spinosaurus mit diesem Dinosaurier verwechselt, bis er dann aber von Dr. Alan Grant korrigiert wurde. Und die beiden dann eben auf den Spinosaurus gekommen sind. Das heißt ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten, das Tier wirklich seit 1997 zu versuchen, auf die Leinwand zu bekommen, bekommt das Tier jetzt endlich ein Debüt in einem Bewegbildprojekt von Jurassic. Und ja, somit können wir den Suchomimus herzlich willkommen heißen in der Jurassic-Welten. Ich bin mal sehr gespannt, ob er wirklich nur so ein Platzhalter sein wird, den wir einfach mal ganz kurz irgendwo rumrennen sehen oder ob das Tier vielleicht noch eine größere Rolle spielen wird. Der Pachy Rhinosaurus wird ebenfalls jetzt Teil des Jurassic-Franchise werden. Und wird uns in Jurassic World Chaos Theory ebenfalls das allererste Mal übers Bild geschickt. Und darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, weil jetzt ein paar von euch sagen werden, hä, den gab es doch aber auch schon in Jurassic World. Da habe ich dann gleich noch die Infos für euch, wie das zustande gekommen ist, das eben behauptet wurde, ja, der ist schon in Jurassic World mit dabei gewesen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier den Pachy Rhinosaurus das allererste Mal sehen. Und das Tier ist wirklich von der Gestaltung her relativ cool gemacht. Und ihr werdet euch vielleicht auch fragen, Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Pachy Cephalosaurus und dem Pachy Rhinosaurus? Und tatsächlich ist das so, ja, das Wort Pachy bedeutet im Endeffekt lediglich so viel wie dickköpfig. Also Pachy Cephalosaurus bedeutet so viel wie dickköpfige Echse. Während der Name Pachy Rhinosaurus ebenfalls das Wort dickköpfig beinhaltet. Und das Wort Rhino bezieht sich eben auf ein Nashorn. Das heißt, der Pachy Rhinosaurus ist die dickköpfige Nashorn-Echse. Und das passt auch irgendwie, weil der Pachy Rhinosaurus hat ebenfalls eine Knochenplatte vorne, die wir auch sehen können und kann die genauso wie der Pachy Cephalosaurus auch als Rambock benutzen. Das Tier sollte ursprünglich auch im Jurassic World Park zu sehen sein, hat es dann aber ebenfalls nicht auf die große Leinwand geschafft, weil laut eigenen Aussagen von Universal der Film bereits zu vollgepackt mit Dinosauriern gewesen ist. Natürlich wurde auch dann im Nachhinein wieder eine kanonische Begründung dafür hinzugefügt, da das Tier tatsächlich auf Maseranis Liste drauf stand, aber es eben nie entwickelt wurde, weil Maserani es ganz einfach nicht geschafft hat, ein wirklich funktionierendes und brauchbares Genom dieses Dinosauriers zu entwickeln. Ebenfalls zeigt uns das Jurassic World Compendium Konzeptzeichnungen, dass dieses Tier ebenfalls in Jurassic World Fallen Kingdom hätte auftauchen sollen, was dann aber, wie wir wissen, auch nicht passiert ist. Und ja, die Begründung halt, wie gesagt, es wurde nicht genug Genom erforscht, um das Tier dann wirklich zu erschaffen. Sagt man eigentlich im Deutschen auch Pachyrhinosaurus oder sagen wir wirklich Pachyrhinosaurus? Das würde keinen Sinn machen, weil Rhino bedeutet ja Nashorn. Deswegen Pachyrhinosaurus wird schon stimmen, hoffe ich mal. Wenn es nicht stimmt von der Aussprache her, dann schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare unten rein. Würde mich dann doch mal interessieren. Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wo einige behaupten werden, doch, doch, der Pachyrhinosaurus ist tatsächlich gelistet gewesen und wir haben ja auch diesen einen Screentot hier bekommen, wo wir das Tier im Hintergrund laufen sehen. Und dieser Screentot ist tatsächlich in allen möglichen Unterlagen für lange Zeit mit dem Pachyrhinosaurus betitelt gewesen, um eben zu zeigen, ja, das war der Moment, wo das Tier im Film gesehen wurde. Das Jurassic World Compendium dann korrigiert die ganze Nummer aber und zeigt uns eben, naja, das ist nicht der Pachyrhinosaurus. Hier behandelt es sich um den Sinoceratops. Also nicht den Spinoseratops, kein Hybrid, sondern um den Sinoceratops. Ich habe euch hier gerade mal ein Bild eingeblendet. Das ist tatsächlich das offizielle Modell, das hier benutzt wurde. Dieser Fehler wurde erkannt, als man das Archiv der verschiedenen CGI-Modelle noch einmal unter die Lupe genommen hat, um Dinosaurier dort herauszuziehen und eben für andere Projekte noch einmal zu verwenden. Und dabei ist eben aufgefallen, Es gab noch gar kein wirkliches Design vom Pachyrhinosaurus, aber dafür gab es eben das vom Sinoceratops. Und ja, das in dieser Szene hier benutzte Design war ebenfalls das vom Sinoceratops gewesen. Laut offiziellem Kanon hat es Biosyn zuallererst geschafft, ein hundertprozentiges Genom vom Pachyrhinosaurus zu entwickeln. Und wir hätten das Tier eigentlich auch in Jurassic World Dominion sehen sollen. Mal so im Hintergrund, wo alles brennt, weil die Heuschreckenfeuer gefangen haben. Alter, diese Story. Naja, aber auf jeden Fall haben wir auch hier das Tier vermissen können, denn er wurde nie wirklich umgesetzt für den Film. Es gibt lediglich Konzeptzeichnungen, wo das Tier zu sehen ist. Damit wäre aber auch die Frage beantwortet, wie kommt dann das Tier jetzt in Jurassic World Chaos Theory eigentlich dahin? Naja, sehr wahrscheinlich, weil Biosyn, das ist der offizielle Kanon, die haben ja hundertprozentig von dem Tier entwickeln können. Möglicherweise haben die jetzt hier auch schon so ein bisschen ihre Finger im Spiel, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Denn das werden wir aber dann eben erst am 24. Mai erfahren, wenn die Serie auf Netflix startet. Der Backless Spinax, und ich hoffe, der Name wird wirklich so ausgesprochen, ist offiziell von Martell bestätigt worden, im Film mit dabei zu sein. Ja, das Tier haben wir jetzt auch schon in ein paar Szenen gesehen. Da hat mir der ein oder andere von euch auch in die Kommentare drunter geschrieben, das wäre nicht dieser Backless Spinax, das wäre ein anderes Tier. Nee, ist falsch, das ist wirklich der Backless Spinax von Martell selber bestätigt, die nämlich auch wohl Spielzeuge zu dem Tier rausbringen. Unter anderem auch ein Spielzeug, was sich auf diese eine Szene berufen soll, wo wir sehen, wie Darius und Ben vor eben diesen Dinosaurier wegfahren und dieses Spielzeugset soll wohl eben noch erscheinen. Von daher wissen wir jetzt auch, ja, das hier ist wirklich der Backless Spinax, hier sogar nochmal mit Namen eingeblendet. Das ist genau dieser Dinosaurier. Mehr wissen wir gar nicht über dieses Tier, außer, was noch sehr interessant ist, der Backless Spinax ist ebenfalls weder auf Maseranis Jurassic World-Liste noch auf der Ingen-Liste zum Jurassic Park aufgelistet. Ich meine, man könnte jetzt sagen, ist eigentlich gar nicht so berauschend, weil der Spinosaurus stand ja auch auf keiner Liste. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass dieses Tier ebenfalls von Biosyn selber stammen könnte. Möglicherweise finden wir auch hier in der Serie heraus, dass Biosyn bereits zum Zeitpunkt von Jurassic World Chaos Theory bestimmte Machenschaften vorgehabt hat und, naja, vielleicht jagt ja sogar Biosyn selber die Kinder. Das wäre einfach nur meine Theorie, ob das Ganze stimmt. Wie gesagt, wir müssen abwarten. Den einen Logikfehler, beziehungsweise den einen korrigierten Fehler mit dem Pachyrhinosaurus, den haben wir eben gerade ja schon besprochen gehabt. Jetzt kommen wir zum nächsten Logikfehler, der einfach wirklich keinen Sinn ergibt, aber das macht jetzt nicht allzu viel aus. Denn natürlich bekommen wir ja auch den Allosaurus zu sehen und während der Recherche zu allen Dinosauriern, die in Jurassic World Chaos Theory auftauchen, bin ich auf eine sehr interessante Information gestoßen, die mir so noch überhaupt nicht aufgefallen ist. Nämlich, dass der Allosaurus, den wir in Jurassic World Battle at Big Rock sehen, diesem Kurzfilm eben, der wirklich sehr geil ist, dass das derselbe Allosaurus ist wie der in Jurassic World Chaos Theory. Das mag jetzt gar nicht mal überraschend kommen. Allerdings ist das auch derselbe, dasselbe Individuum wie der Allosaurus, den wir in Jurassic World Dominion sehen, der eben da auf Malta seine Randale macht. Und ich habe mir das Ganze dann nochmal angeschaut gehabt, weil ich habe mir gedacht, okay, das ist mir nie aufgefallen und du müsstest das ja eigentlich sehen können, weil der Allosaurus hat ja ein blindes Auge. Durch den Vorfall eben aus dem Kurzfilm Battle at Big Rock. Und ja, tatsächlich können wir sehen, dass auch der Malta Allosaurus ein blindes Auge hat. Allerdings ist bei diesem Allosaurus das blinde Auge auf dessen linker Seite, während das von dem Allosaurus in Chaos Theory auf der rechten Seite ist. Und ja, wir können tatsächlich sehen, dass zumindest in Jurassic World Dominion der Allosaurus nur auf einem Auge blind ist. Das heißt, man kann auch nicht sagen, naja, das sind wahrscheinlich einfach beide Augen, die da komplett weiß sind. Nee, nee, das ist nur ein einziges Auge. Und laut diesen Schriften ist das dasselbe Individuum. Und ja, wenn das eben stimmt, dann ist das auf jeden Fall ein Logikfehler und es würde auch keinen Sinn machen, warum dann auch der Allosaurus aus Jurassic World Dominion auch auf einem Auge blind sein sollte, nur eben auf einem anderen, wenn es ein anderer sein sollte. Das wäre ein bisschen sehr seltsam. Das soll schon derselbe sein. Man hat jetzt hier aber anscheinend irgendwie das Auge verwechselt. Das ist mir halt eben nur so nebenbei mal aufgefallen. Wir bekommen natürlich den Tyrannosaurus Rex zu sehen. Und ja, tatsächlich ist das hier nicht unsere Rexie. Nein, wir haben es jetzt hier wirklich mit einem der zwei T-Rexe zu tun, die mit Abstand die bescheuertsten Kosenamen bekommen haben. Nämlich von Big E.T. und Little E.T. sehen wir hier im Trailer Big E.T. Also quasi die Mutter von Little E.T. Das sind Namen wie aus den Littlefoot-Filmen. Jetzt mal ganz ehrlich. Die sind uns auf jeden Fall aus Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 4 und 5 bekannt, meine ich, wo es eben um die Mentakorp-Insel geht. Und ja, jetzt haben wir ebenfalls die Bestätigung bekommen, dass zumindest einer der beiden T-Rexe, also in diesem Fall jetzt hier Big E.T., irgendwie aufs Festland geschafft wurde. Aus welchen Gründen auch immer und wer das Tier aufs Festland geschafft hat, keine Ahnung. Aber wir müssen uns noch einmal vor Augen führen, dass es ursprünglich hieß in Jurassic World Dominion, dass Biosyn von allen möglichen Inseln Dinosaurier in das Biosyn Valley geschafft hat. Ich werde den Gedanken nicht los, dass Biosyn hier wirklich mehr dahinter steckt, als wir das wirklich erahnen. Das heißt nicht, dass wir Sajona Santos hier gar nicht sehen werden. Allerdings, das könnte so der große Drahtzieher sein. Und Sajona Santos könnte möglicherweise dann irgendwie einen kleineren, beziehungsweise einfach auch einen anderen Story-Arc bekommen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir also auch den Spinosaurus wieder auf dem Festland sehen, ist definitiv da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Über den Spinosaurus wissen wir allerdings noch nichts Offizielles. Und Mattel hat auch noch keine offizielle Spielfigur zu dem Dinosaurier angekündigt. Was wie gesagt nichts heißen muss, allerdings bis zum aktuellen Zeitraum eben wissen wir nicht, ob der Spinosaurus mit dabei ist. Wir können Bumpy ganz kurz im Trailer sehen. Und zwar in dem einen Shot, wo wir dann Ben, Darius und Sammy sehen. Und zwar stehen die drei hier auf Sammy's Ranch in Texas. Und im Hintergrund sehen wir hinter Sammy Bumpys riesigen Schuppenpanzer. Korrigiert mich gerne, wenn ich hier falsch liege. Aber Bumpy ist ja eigentlich auch noch auf der Isla Nubla geblieben. Oder habe ich hier beiden Denkfehler? War Bumpy mit dabei in Staffel 4 und 5? Ich glaube nämlich nicht mehr. Und wir haben doch auch am Ende von Staffel 5 gesehen, dass Ben sich um Bumpy kümmert. Aber auf der Isla Sorna. Nein, auf der Isla Nubla. So war das Ganze gewesen. Das heißt, Bumpy muss jetzt ja auch irgendwie von der Insel aufs Festland geschafft worden sein. Laut ersten Gerüchten soll es übrigens ebenfalls ein Teil der Geschichte werden, dass Sammy und Ben Bumpy auf Sammys Farm in Texas verstecken. Vor der Regierung oder vor irgendjemandem. Das ist allerdings ebenfalls noch nicht bestätigt. Das sind nur so erste Gerüchte. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dass Ben Bumpy aus irgendeinem Grund von der Insel weggeschafft hat. Möglicherweise um zu verhindern, dass Biosyn Bumpy in die Hände bekommt. Weil die haben ja ebenfalls von den Inselndinosaurier ins Biosyn Valley geschaffen. Und dann haben wir natürlich noch zum Schluss die Atrosi-Raptoren. Die großen Widersacher hier in der Serie. Und da ist mir ebenfalls noch ein kleiner Fehler aufgefallen. In der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht, warum das so passieren kann. Aber ich werde mir die Serie auf jeden Fall genau aus so Dingen auf Englisch angucken. Das erinnert mich so ein bisschen an Naruto. Wer Naruto mal auf Deutsch gesehen hat, die sagen einfach faktisch falsche Sachen zur Serie. In der deutschen Synchro. Und genau das haben wir jetzt hier auch wieder. Im deutschen Trailer nämlich, da sagt Ben, dass die, dass Brooklands Tod kein Unfall gewesen ist. Und dass die Leute, wer auch immer das ist, die sie eben jagen, Dinosaurier für ihre Drecksarbeit benutzen. Und das stimmt aber einfach nicht. Im englischen Originaltrailer geht Ben nämlich darauf ein, dass sie explizit Raptoren für diese Jagd benutzen. Das mag sich jetzt erstmal relativ kleinlich anhören. Allerdings ist das wichtig, das irgendwie zu berücksichtigen. Gerade wenn wir uns da um irgendwelche Theorien mal Gedanken machen. Das heißt, die gesamte Theorie, dass der Allosaurus möglicherweise auch unter Kontrolle von jemandem stand, ist scheinbar einfach falsch. Weil es wird auch wirklich in der offiziellen Beschreibung im englischen Kanon, also auf der englischen Seite, darauf eingegangen, dass hier wirklich die Atrosiraptoren zentral für diese Jagd benutzt werden. Und das von der Person, die eben diese Pfeife hat. Warum wird das so verallgemeinert übersetzt mit Dinosaurier werden benutzt? Das stimmt ja irgendwie. Aber warum sagt man nicht einfach, genau wie im englischen Original, dass es sich hierbei um die Atrosiraptoren handelt und um keine anderen Dinosaurier? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Und das gibt mir auch so ein bisschen einen anderen Blick auf die Serie. Weil ich bin davon ausgegangen, dass sämtliche Dinosaurierangriffe, die wir in dem Trailer sehen, wirklich gezielte Angriffe von irgendwelchen Leuten sind. Das ist aber scheinbar nicht der Fall. Das scheinen wilde Dinosaurier zu sein, die allen Anschein nach möglicherweise auch so ein bisschen auf die Kinder gehetzt werden in bestimmten Situationen, aber eben nicht gezielt als Waffe eingesetzt werden. Das werden nur die Atrosiraptoren. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Info, die man auch so nicht einfach verändern sollte. Deswegen, wenn ihr in der englischen Sprache mächtig seid, schaut das Ganze doch am besten auf Englisch. Ebenfalls haben wir jetzt noch einmal offiziell bestätigt bekommen, dass die Atrosiraptoren ebenfalls DNS-Stränge von den Velociraptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 in sich tragen, als aber auch von den Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Und anscheinend sollte die DNS der Raptoren aus Jurassic Park 3 gar nicht mal so unwichtig sein. Die sollen nämlich zum einen für die Farbgebung der Atrosiraptoren da gewesen sein, was hier auch Sinn ergibt. Wir hatten ja rote Raptoren, wir hatten weiße Raptoren. Auch die Atrosiraptoren basieren ja in der Regel auf diesen Farben. Obwohl das Rot vielleicht mal ein bisschen mehr bräunlich ist, aber ich meine Red. Der Name ist ja schon Programm, was die Farbe angeht. Und eben auch Ghost, der einzig weiße Atrosiraptor, ist The Leader, also der Anführer. Und auch die weiblichen Raptoren aus Jurassic Park 3 waren eben weiß und auch das waren die Anführer. Inwiefern wir jetzt hier auf Jurassic Park 3 nochmal eingehen, ich weiß es halt nicht. Mich würde es freuen, weil Jurassic Park 3 ist kein wirklich schlechter Film. Aber vielleicht wird es auch im Endeffekt gar nicht so sehr thematisiert werden, wie ich mir das hoffe. So ihr Lieben, jetzt seid wie immer ihr gefragt, schreibt mir eure Gedanken zu allen Dinosauriern, die wir in dem Film bisher bestätigt bekommen haben, in der Serie, pardon. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.